Willkommen, die Prüfungsfrage lautet, entwickeln Sie ein Sicherheitskonzept für das Lager? Wir sind also im Bereich zum Beispiel Materialwirtschaft. Da könnte das, oder in dieses Gebiet gehört die Prüfungsfrage. Willkommen, die Prüfungsfrage lautet, entwickeln Sie ein Sicherheitskonzept für das Lager, in dem Sie mindestens drei relevante Sicherheitsfragen ansprechen. Wir sind also im Bereich Materialwirtschaft oder im Bereich von Gesetzen zur Arbeitssicherheit. Das könnte auch ein Unterpunkt von einem Rechtsthema sein, diese Prüfungsfrage. Aber im Wesentlichen gehört es zur Materialwirtschaft. So, diese Frage ist hoch bepunktet, 30 Punkte. Das heißt, wir müssen entwickeln, das heißt, wir müssen erläutern. Einfach nennen reicht hier nicht, wir müssen hier eine Menge Inhalt bieten. So, wie geht man an diese Frage ran? So wie ich es immer sage, indem man seine Vorstellungskraft einschaltet. Glauben Sie bitte nicht, dass ich in der Lage wäre, bei einer solchen Handlungsaufforderung sofort eine Lösung auszuspucken. Sondern ich muss genauso wie Sie mich in die Aufgabe hineindenken, manchmal hineinkämpfen. Und wie machen wir das? Nun, hier bietet sich an, die Vorstellungskraft zu aktivieren. Wir stellen uns ein Lager vor. Ich hoffe, Sie haben mal ein Lager gesehen. Wenn nicht, ist es höchste Zeit. Ja, wenn Sie hier vor einer Prüfung stehen, ist es höchste Zeit, dass Sie mal in Ihrem Unternehmen fragen, ob Sie mal aufs Lager gehen können, wenn es sowas gibt. Oder anderswo mal gucken, dass Sie mal ein Lager gesehen haben. Wenn nicht, dann gehen Sie bitte ins Netz und gehen auf Bildersuche und da finden Sie alle möglichen Bilder. So, es geht um Sicherheit im Lager. Wir können uns also ein Lager vorstellen und jetzt stellen wir uns vor, was kann passieren. Und da sollte uns was einfallen. Feuer, Wasser, also Wasser dringt ein, Wasserschäden entstehen, Diebstahl und wir müssen auch bedenken, in diesem Zusammenhang die Arbeiter auf dem Lager. Ja, Arbeiter werden geschädigt. In den ersten drei Punkten denken wir nur in der Kategorie, das Lager wird geschädigt. Aber im Lager, das ist ja lebendig. Da wird ja Zeug reingefahren, Zeug rausgefahren und so weiter. Also wir können unsere Vorstellungskraft ausweiten und stellen uns Menschen vor. Das geht manchmal zu wie im Ameisenhaufen, manchmal in so Lägern, wenn Sie da mal ein bisschen in der Praxis gucken, was da so los ist. Und dann können wir uns auch vorstellen, unsere Aufgabe ist ja ein Sicherheitskonzept zu entwickeln mit mindestens drei relevanten Punkten. Je mehr natürlich, desto besser wir zunächst mal haben. Wir können uns dann ja innerhalb der Prüfung, innerhalb des Zeitbudgets entscheiden, aber wenn uns mehr einfällt, ist es natürlich besser. Die Arbeiter werden geschädigt, also nicht das Lager oder die gelagerten Güter, sondern die Arbeiter werden geschädigt. So, damit haben wir vier Bereiche. Fangen wir mal an. Feuer, also der Bereich heißt dann Brandschutz. Was kann man tun, um das Lager vor Brand, vor Feuer zu schützen? Feuerlöscher und diese regelmäßig warten, überprüfen. Und im Rahmen von Feuerlöschern natürlich Schulungen. Denn wenn nur der Feuerlöscher da steht oder hängt und kein Mensch weiß, wie damit umgehen, dann nützt der Feuerlöscher nichts. Ja, also generell können wir sagen, Schulungen zur Brandbekämpfung. Ist das schwer, was ich hier hinschreibe? Im Grunde nicht. Man muss nur darauf kommen, wie kommt man da hin über Vorstellungskraft. Ja, es ist fast immer so, dass Leute da sitzen und sagen, was soll ich denn jetzt schreiben? Und dann schauen sie sich nachher eine Lösungsskizze an und dann sagen sie, das hätte ich auch schreiben können. Ja, wenn man nur darauf gekommen wäre. Die Frage ist also, wie kommt man darauf? Wie generiert man Lösungen? Das ist im Grunde Thema von fast allen meinen Videos. Dass sie nicht reproduzieren, sondern dass sie lernen, wie sie Lösungen generieren. Und in dem Fall ist es mal wieder Vorstellungskraft einschalten und schon hat man hier einen guten Punkt. Schulungen zur Brandbekämpfung. Schulung ist ein Aspekt, der immer gut passt. Ja, vielleicht ist Schulung ein zu großes Wort. Vielleicht kann man auch schreiben Einweisungen. Ja, so. Dann gibt es noch ein paar physische Maßnahmen, wie zum Beispiel Brandschutztüren. Das haben Sie auch bestimmt schon mal gesehen. Das sind besonders schwere Türen. Das fällt auf, wenn man die Türen bewegt sind. Die sind besonders schwer. Das ist eine Brandschutztür oft. Ja, es lohnt sich auch so ein bisschen die Augen mal aufzumachen. Dann hat man hier Lösungen. Einfach indem man guckt, beobachtet. Brandschutztüren. Dann gibt es sehr oft in der Praxis feuerfestes Material, das man verwendet. Dann im Zusammenhang, ist auch etwas, was fast immer passt, eine Versicherung, die uns natürlich nicht versichert gegen die Schäden, die auch nicht unser Lager sicherer macht, aber die kompensiert. Die kompensiert, wenn der Schaden eintritt. Und im Rahmen von Brandschutz natürlich auch immer ganz wichtig, Regeln, klare Regeln, damit Brände gar nicht erst entstehen. Wie zum Beispiel das Rauchverbot oder das Verbot von offenem Feuer. Ja, also es reicht ja im Prinzip manchmal, wenn man nur ein Feuerzeug anmacht. Rauchverbot, Verbot offenen Feuer. Das schreibe ich jetzt nicht alles noch hin. So, das sind schon mal Punkte, wo man sagen würde, da kann man drauf kommen, wenn man drauf kommt. Wie kommt man da hin? Ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, dass die Leute, die meinen Kanal verfolgen, verstehen. Lasst die anderen ihr Zeug, ja, lasst die sich ihr Zeug reinprügeln und dann versuchen, das irgendwie da unterzubringen. Ja, wir brauchen auch Durchfaller. Aber Leute, die meinen Kanal verfolgen, die mit meinem System arbeiten, lernen, wie man die Punkte holt. Und der Schlüsselsatz lautet Lösungen generieren. Ich schreibe es nochmal hin. Lösungen nicht reproduzieren, sondern generieren, erzeugen. Ja, ich rufe ja auch nichts ab, sondern ich überlege, ich stelle mir Dinge vor, ich überlege, was würde ich machen, wenn ich jetzt in der Situation wäre. Und da komme ich zum Beispiel darauf, dass Feuer die Sicherheit im Lager gefährden könnte und komme auf Brandschutzmaßnahmen. Nicht so schwer im Grunde. So, da wo Feuer ist, gibt es auch Wasserschäden. Von Feuer zu Wasser zu kommen, ist nicht so schwer. Damit habe ich schon den zweiten Punkt. Laut Prüfung brauche ich drei. Ja, damit habe ich schon den zweiten Hauptpunkt. Wie bin ich dazu gekommen? Von Feuer zu Wasser. Nicht schwer. Ja, so, also Wasserschäden. Was kann man machen? Auch hier wieder Versicherung, die uns nicht vor den Wasserschäden schützt, aber vor den Folgen. Gegebenenfalls, da ist viel passiert, gerade in Deutschland mit schrecklichen Überschwemmungen. Deswegen ist die Frage, wie weit die Versicherung hier noch hilft. Aber es gibt andere physische Maßnahmen. Auch das kann man beobachten, wenn man die Augen aufmacht. Ja, da gibt es zum Beispiel Schutzelemente. Ja, das bekannteste Schutzelement ist ein mobiles, das ist der Sandsack. Ja, also es gibt also mobile Schutzelemente, die man bewegen kann. Und es gibt stationäre. Ja, das hängt jetzt sehr davon ab. Wenn man weiß, dass irgendwie eine Überschwemmung kommt, dann kann man mit mobilen Elementen arbeiten. Die Frage ist, ob es sich lohnt, dort stationär, also quasi permanent etwas aufzubauen. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Wichtig ist hier, dass man sagt, es gibt Schutzelemente und die kann man nutzen. Und das kann Wasserschäden verhindern. So, dann gibt es ein Wort, das muss man nicht unbedingt wissen. Ja, das nennt man Aufkantungen. Aufkantungen, das gilt besonders für Kellereingänge und das gilt auch für Lichtschächte. Ja, dort, also in so einen Kellereingang, ein Kellereingang ist quasi prädestiniert, dass Wasser da reinfließt. Genauso Lichtschächte sind in gewisser Weise prädestiniert, dass Wasser da reinfließt. Und deswegen sagt man, man muss hier aufkanten, das heißt Barrieren errichten, damit das Wasser eben dort nicht reinfließt. Und man kann noch etwas machen, nämlich Bodensenkungen. Ja, man kann vorher den Boden absenken, dass das Wasser dort quasi stationär verbleibt und nicht weiter fließt. Auch das ist eine Möglichkeit, womit man Wasserschäden auf dem Lager verhindern kann. So, dann das dritte, Diebstahlschutz. Konnte man auf sowas kommen? Ich glaube schon, ja. Ja, also ich würde mal sagen, ich erwarte hier, dass man mit Vorstellungskraft kommt auf Feuer, dass man kommt auf Diebstahl. Ich habe mich schon mal an diesem Thema versucht in der Mindmap. Da habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, das ist nicht vollständig. Da habe ich diesen Punkt auch nicht erläutert. Das mache ich jetzt in dieser Mindmap. Aber auf Feuer muss man kommen und auf mindestens vier dieser Maßnahmen hier muss man kommen. Und auf Diebstahlschutz muss man auch kommen. Ja, das erfordert einfach die Vorstellungskraft hier. So, was kann man tun? Sicherheitsschlösser ist vielleicht das Erste, was einem einfällt. Ja, dass man nicht so einfach auch das Schloss nachmachen kann und so weiter. Dann auch hier, das sieht man, wenn man die Augen aufmacht. Überall gibt es die Kameras. Und das hat einen Überwachungsaspekt. Das ist teilweise auch sehr bedenklich, was da passiert. Aber es hat eben auch diesen Sicherheits-, diesen Schutzaspekt. Ja, dann die Alarmanlage. Ja, auch das ist jetzt nicht das große Geheimnis. Aber das sind genau die praxisbezogenen Antworten, die man hier hören will. Und natürlich braucht man Zugangsbeschränkungen. Nicht jeder darf einfach so auf dem Lager rumlaufen. Und je wertvoller die Dinge sind, die dort gelagert werden, desto mehr braucht man klare Zugangsbeschränkungen und auch Zugangserfassungen. Ja, also vielleicht könnte man hier noch ergänzen. Plus Erfassungen. Dass man einfach notiert, aha, der ist aufs Lager gegangen. Und dann ist er wieder zurückgekommen, dass man weiß, wer auf dem Lager war. Ja, so ähnlich wie wenn man dokumentiert, wenn jemand in ein Computersystem sich einloggt. Ja, da wird auch erfasst, wann der sich einloggt, wann der sich wieder ausloggt. So ähnlich kann man hier auch vorgehen. Also insgesamt rede ich hier auch über Dokumentation. Ja, Dokumentation zum Beispiel von den Zugängen. Und auch hier, Versicherung, kann nicht schaden, wenn man es hinschreibt. Ja, ob man das immer so bekommt, ist die zweite Frage. Aber ich habe es jetzt hier einmal, zweimal und hier habe ich es nochmal. Es kann nicht schaden, wenn man es hinschreibt. So, damit haben wir im Prinzip den Anforderungen der Prüfungsfrage schon Genüge getan. Aber ich will es vollständig machen. Ich will auch diesen Aspekt hier noch erwähnen. Nämlich, damit sind wir im Bereich von Unfall und Arbeitsschutz. Wenn wir sagen, ein Sicherheitskonzept umfasst nicht nur die Ware, sondern auch die Leute, die auf dem Lager arbeiten, und das kann man ganz klar argumentieren, dann sind wir genau hier, beim Unfall und beim Arbeitsschutz. Und hier passt wieder, wie so oft, das Wort Schulungen. Ja, Schulungen im Umgang mit Maschinen zum Beispiel reduziert die Unfälle. Wenn die Leute lernen, wie sie mit der Maschine umgehen, dann passiert weniger. Ja, also man kann Schulungen im Prinzip machen präventiv. Präventiv bedeutet vorher und verhindernd. Das ist eigentlich das Ideal, das man sich wünscht, dass der Unfall gar nicht passiert. Und wenn der Unfall dann passiert, erste Hilfe, die man leisten kann, bis wirklich dann ein Fachmann kommt, der professionell ärztlich hier helfen kann, dass man vorher schon mal gewisse Maßnahmen treffen kann. So, und dann haben wir hier noch eine ganze Latte von Gesetzen und Verordnungen. Die alle nichts nützen, wenn sie einfach nur da stehen, sondern müssen natürlich auch wieder Überschulungen den Leuten beigebracht werden. Ich nenne sie nur ganz kurz. Ich will sie jetzt nicht hier noch aufnehmen, weil das hier schon ziemlich viel Platz erfordert hat, was ich hier gemacht habe. Erwähnen will ich sie, nämlich, und ich weiß nicht, ob ich vollständig bin, und hier gibt es eine Menge, das Arbeitssicherheitsgesetz, die Arbeitsstättenverordnung und die Regelung des Sicherheitsbeauftragten. Das ist sozusagen eine Instanz, die geschaffen wird durch gesetzliche Vorschrift, und das sollten wir vielleicht aufnehmen als sogar separaten Punkt, Sicherheitsbeauftragter. Denn das ist eine Instanz, deren Aufgabe es ist, genau für diese Dinge zu sorgen, nämlich für den Schutz der Arbeiter auf dem Lager. So geht das. So entwickelt man eine Lösung, ohne sie zu reproduzieren und die Zutaten lauten, Vorstellungskraft und eine gewisse Strukturierung, die diese Mindmap hier wunderbar bietet. Hier sind die vier Hauptpunkte. Und wenn man einen Hauptpunkt hat, dann kann man hier in Unterpunkte gehen. Jetzt muss man ein bisschen auf die Zeit achten. Man kann natürlich hier möglicherweise auch 15 Unterpunkte hinschreiben, aber es ändert nichts daran, dass man einen Hauptpunkt hat. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da ist besser, noch einen Hauptpunkt rauszuhauen, als den Unterpunkt bis ins letzte Detail auszuarbeiten. Darauf muss man achten. Immer gilt die Regel, nicht nur lösen und nicht reproduzieren, sondern generieren. Und die nächste Regel ist, Handlungsaufforderung in Struktur übersetzen. Alles Gute, Marius Ibert. Lens Gute, Marius Ibert. Lens Gute, Marius Ibert. Lens Gute' Lens Gute, Marius Ibert. Vielen Dank.